So, es ist wieder Dienstag und Willkommen zu einem neuen Case Opening! Dieses Mal mit Paddy und mit Flo Das Flo... das Flo floggt! Und diesmal mit zwölf, ja liebe Leute, zwölf, eine geile Zahl, ja, mit zwölf Falcon Cases Und ich will einfach mal sagen Unlucky, Unlucky Wenn Redskins drin ist, könnte er mir Oh, das beginnt ja schon mal sehr gut! Ja, sag an, wir seht's ja nicht! Äh, eine Talk! Stark! Richtig nice! Die AUG ist da noch gar nicht drinnen! Hehe, hehe! Muss man das mal Nase hochziehen, der Bob? So, auf was können wir denn hoffen hier auf so eine... Hä? Warum? Äh, what? Obwohl du hast Faco-Gisten, ne, das Knife davon möchte ich gar nicht haben Ich will nicht sagen, aber ihr kennt doch unten die Anzeige, wo ja die ganzen Sachen drin sind, ja? Ja, ja, ja Da steht da, da steht Dead Track aka Aquamarine Hehe, hehe! Leil! Ja, hehe! Hehe! Überall steht kein Nase Park Hehe, hehe! Guck dir das Video an! Da steht Dead Track aka Aquamarine Das heißt, man kann nur die rausziehen, man kann keine normale rausziehen Kann man mal machen, ne? Auch nicht schlecht! Das ist mir grad eben so aufgefallen, ich guckste grad zu durch und da so Okay, warum nicht? Hehe! Hehe, geiler Bug! Wie der eine Bug, wo immer die gleiche Waffe bekommt, wo ich nicht in der Case drin ist, das ist eh das geilste Hehe! Warum zieh ich eigentlich nur die... Hehe! Nachricht von Jani Richter Oh, komm schon weiter, weiter! Hehe! 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 Ey, ich will die Raubball weniger! Ja, sorry, ey! Meine Gesundheit! Dein Gras unter deiner Decke kannst du mir gleich mal geben! Ey, ich krieg nur Battlescout-Sachen, so wie Timo, ey! Heilige Scheiße! Deswegen ist halt Flo da ist! Ja, Flo! Okay, tschau! Nein! Halt an! Oh, komm! Zwischen zwei Lilanen! Fick dich! Komm schon! Komm schon! Auf geht's! Deben! Flo, du musst was sagen! Äh, ja! Äh, ja! Äh! 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 Penis! Okay, warte, wenn da jetzt was Gutes drin ist, ja! Ey, sag mal, das Gegenstück zu Penis! Vagina! Ja! Arschloch! Arschloch! Ja gut, kann man... Kann man machen, äh! Muss man aber nicht! Oh! Full Blue! Nur Full Blue gezogen, Alter! Heilige Scheiße! Du bist schon fertig? Äh! Full Blue, oder? Man kann direkt einen Trainer machen! Mein Friend! Full Blue bekommen, Alter! Oh, ich hab... Ich hab ne Factory New Talk! Oh, die ist glaub ich... Oh, nice! Die ist glaub ich noch einiges wert! Halt nicht im... Nur 10 Cent oder so vielleicht! Na, die ist glaub ich noch 3 Euro wert! Oh, übertreibt man nicht! Ey! Ich glaub die nicht mehr! USP... Vielleicht 70 Cent! Vielleicht 70 Cent! 3,80! Quatsch! Mhm! FN! Äh, USP Talk in FN kost 60 Cent, du Vogel! In StatTrack FN! Ja, muss auch StatTrack dazu sagen, du Eumel! Ja, 3,50 hast recht! Ich hab alles zurück! Ha, siehste du hässliches... Ne! Ja, red weiter! Red weiter! Ne, ne, alles gut! Du weißt gar nicht wie aus... Du weißt gar nicht wie aussieht, du Napf! Ja, hässlich ist schon gut, aber äh... Ha, ha, ha! Ja, hässlich ist schon gut, aber äh... Das ist äh, äh, ging jetzt zu Juli's alles hübsch! Ja! Na, bin ja beruhigt! Ja! Wehe, ich will nicht die... Was hast du bekommen? Äh... Was? Die Handgun, ich hab nen Trade-Up gemacht! Handgun! Die ist aber echt cool! Ja! Ja, da hast du recht! Äh, auf jeden Fall warst du es für... Dieses Mal und ich sag's... Irgendwann ich sag jetzt zum... Was? Halt doch echt mal neun! Da... Da... Da ist ein NPC... Warum steht ein NPC vor meiner Garage? Das ist mir jetzt egal, ja! Ich sag jetzt tschüss! Bis zum nächsten Dienstag! Tschüss! Lalalalalala! Lalalalalala!